Verspielt. Verspielt. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy. Wir haben uns hier ein paar Statisten geholt. Und, was sagt er? Okay, alles klar. Dann schauen wir mal weiter. Ich glaube auch hier, genau, wir sind wieder aufgestiegen. Das heißt, es hat sich jetzt erstmal mit Spielen ein bisschen erledigt. Für meinen Geschmack fast zu wenig. Alles wird hier nur so angerissen. Kommt mir das nur so vor? Oder hat man einfach eine andere Zeitempfinden wie früher? Mir kommt so vor, als ob ich ewig, ewig früher... War das schon immer so groß, das Holz? Egal, ewig früher durch diese Graslande getingelt bin und da irgendwie was gemacht habe. Und jetzt hier geht das so schnell. Naja. Sieht aus wie gemalt da hinten. Bewegt sich das Meer überhaupt? Also, ich denke mal, im Fotomodus bewegt sich nichts. Schade. Ich wünschte, wir hätten nochmal einen längeren Blick aufs Meer geworfen. Hätte ich mir gerne nochmal angeschaut. Aber der rennert auch echt nach. Also, oder wie das heißt. Der lädt nach. Weil wenn wir auf irgendwas zugehen, kommen plötzlich die Details erst dazu. Das heißt, wenn ich jetzt hier in die Ferne schaue, sind die Details gar nicht da. Wie jetzt gerade an der Mühle von eben. Also, die sind wir jetzt schon vorbeigerannt. Aber da ist der Efeu plötzlich aufgeploppt, als wir ranstanden. Jetzt haben wir es da nicht. Also, ich habe nicht drauf geachtet, auf den Efeu. Da war ja wieder Efeu. Und das da auch hätte sehen können. Was genau machen wir jetzt eigentlich? Klar, wir erforschen das Cremennest. Gucken uns um, ob es hier noch Quests gibt. Ah. Wie? Cool. So, auf Klavieren finden sich oft Notenblätter, nach denen du auf diesen schönen Instrument spielen kannst, über das Stück ein und sprich mit Dorian vom Verein zur Popularisierung des Pianofortes, sobald du mindestens Rang A erreicht hast. Von ihm erhältst du eine Belohnung für deine Mühen. Rang A. So, so. Notenblätter für dein Klavierspiel. Bitte unterstütze uns doch bei unserer Mission, die Freude am Klavierspiel bis in den letzten Winkel dieser Welt zu tragen. Kann ich irgendetwas für dich tun? Ja, Backen halten. So, Dorian Bericht erstatten. Ich würde sagen, da haben wir, glaube ich, noch nichts, groß viel zu erzählen. Der Weg zur musikalischen Erleuchtung ist steinig und schwer. Doch es lohnt sich. Ich hoffe, dass du unseren Verein auch weiterhin mit deinem Talent und deiner Hingabe tatkräftig unterstützen wirst. Das ist immer so ein bisschen zweischneidig, ne? Bei großen Belohnungen für irgendwelche Assi-Sachen, interagiere mit einem Klavier, um frei darauf zu spielen und dich an Liedern zu versuchen, für die du Notenblätter gesammelt hast. Weil, wenn das so richtig krasse Belohnungen gibt und das ist so unschaffbar, das ist ja frustrierend. Andererseits, wenn du unschaffbaren Stuff geschafft hast und dann gibt es nur so Pille-Palle-Belohnungen. Ah, ah, schwierig. Okay. Dann, würde ich sagen, beginnt jetzt ein ganz spannender Part. Wähle zunächst durch Drücken von Hm ein Notenblatt aus. Du kannst, dann kannst du dieses, wir haben, glaube ich, nur eins bis jetzt, oder? Die Noten werden in der Mitte des Klaviers nach außen bewegen. Neige zum, zeige zum, zeige zum, richtig zu sagen, die Hm und Hm. Um sowohl die Melodie als auch die Akkorde zu treffen. Wenn du eine neue Herausforderung suchst, kannst du das Tempo, ah, okay, Tempo, Moll, Halbtöne, Noten, Halbtöne, Modi. Okay. Okay. Akkorde ändern. Okay. Aha. On our way. Länge des Stück 1,750, Anzianoten 148. Okay, bis Rang S geht das offensichtlich. Dann, lass mal probieren, mein Junge. Yeah. Ich hoffe, es ist mir nicht los, aber ich knallfully nói, Entschuldigung, wir treiben zurück. Es wird doch. Oh Gott, die Katze stirbt im Hintergrund, die soll sich mal nicht so anstellen, soll mal selber probieren. Also bis jetzt haben wir immer noch mehr verspielt als fantastisch. Vielleicht reißen wir es nochmal rum. 37 zu 39, es ist spannend, 38, vielleicht schaffen wir das tatsächlich, es geht noch ein bisschen. Ah, nein, Mist, 38 zu 39. Guck mal, wir sind fantastisch, gut, schlecht, unverspielt, alles ausgewogen. Und wir brauchen ja nur 14.800 Punkte. Na dann, das ist doch nix, oder? Zweiter Versuch. So. Und täglich grüßt das Murmeltier unsere erste Stunde. Tag 2. Also ich spüre Talent. Wow. Also im Vergleich zu gestern ist es heute ja schon, boah. Und das ist ihre erste Stunde. Oh mein Gott. Ich habe ein echtes Talent getroffen. Und sie haben vorher noch nie Klavier gespielt. Wow. Kurz ausgerutscht und mit dem Kopf aufs Klavier gefallen. Also ich glaube, das dauert jetzt noch eine Weile. Ihr könnt euch mal einen Tee holen. So, ab sofort, also ich weiß jetzt, wie sich diese 500 Spielstunden zusammensetzen, die man ja so bis zu 500 Stunden... Vielleicht klappt es auch besser, wenn er seine Panzerhandschuhe mal auszieht. Schon mal mit Handschuhen Klavier gespielt? Ist glaube ich auch schwierig. Und Katze leidet immer noch da hinten. Aber schaut mal, 78 zu 15. 79 zu 15. Wow. 81 zu 15. Krass. Also wenn das in dem Tempo weitergeht, müsste der nächste Try... Wir haben unsere Punkte fast verdreifacht. Cool. Okay, es gibt praktisch 30 Punkte Abzug für verspielt. So, wir haben das jetzt mal ein bisschen zusammengefasst. Damit ihr das in parallel mal seht, wie das jetzt abgeht. Also bis hier hin sieht es bei allen gut aus. Mega Steigerung. Ich bin so stolz, Schüler. Ah, ein paar Verspieler sind dabei. Gerade jetzt unten rechts. Hat schon verkackt. Aber ich glaube... Ah, unten links jetzt auch. Man darf, glaube ich, keinen Fehler haben. Und? Wie lange habt ihr so gebraucht? Kennt ihr den Film? Und täglich grüßt das Murmeltier. Ja, oben sieht gut aus. Das hat doch oben rechts jetzt auch verspielt. Welche ist denn am besten? Okay, oben rechts hat sich auch verspielt. Aber es sind... Ja, okay. Ich glaube, da wo nicht verspielt wurde, gibt es die meisten Punkte. Also höchstwahrscheinlich tatsächlich oben links. In der Mitte links kann man leider nicht sehen, wie viele Punkte es gab. Auf... Nee, Mitte links ist das Beste gewesen. So. Jetzt schaut euch das mal an. Da kann man eigentlich schon wieder anfangen. Aber ich denke mal, zum Üben ist es vielleicht ganz gut, wenn man weiterspielt, auch wenn man es verkackt. Nicht schlecht. Ah. Ah. Kann man schon wieder aufhören. Man kann, glaube ich, abbrechen. Aber üben. Üben ist nicht schlecht. Wir üben das Ganze. Okay. Ich glaube, Tiefer kriegt auch schon einen Hals. Dass sich Red nicht die Ohren zu hält. Ah. Ich glaube, man hat es schon wieder verspielt. Aber ich glaube, man darf noch nicht mal gut haben, ne? 1.300. Nee, 13.600. Okay. Mist. Was aber los ist. So, ein paar Stunden später... ich glaube also wir brechen jetzt immer ab das müsst ihr nicht in gänze erleiden ging schon eine weile und ihr so also bis 60 ok noch mal abbrechen verspielt verspielt gut gut selbst gut ist nicht okay und tiefer denkt sich ich zeig das so tiefer ich glaube tiefer ist naturtalent glaube ich so und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Da hat bestimmt Cloud von hinten geärgert. Super tiefer. Also mir ist voll nach Applaus. Cloud kannst du das schlagen. Beat that. Ich glaube nicht. Mist, Mist. Aber da seht ihr es schon. Man braucht wirklich komplett fantastisch alles für Rang S. Für die Quest oder für die Story allgemein, ich glaube auch für eine Trophäe reicht Rang A. Aber mein Gott, wer gibt sich denn mit Rang A zufrieden? Geht gar nicht. So, Cloud. Wollte ich mal sagen, die Ehre gebührt dir. So, es bleibt spannend. Schwert stört auch nur ein bisschen. Musik 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 Amen. Amen. Oh Gott, nur noch so wenig Noten. Cloud, Cloud, noch acht Noten. Du schaffst das, du schaffst das, bitte nicht. Wow. Wow, herzlichen Glückwunsch, cool gemacht. Jo. Schade, dass es keine Extratrophäe gibt. Hahaha. Okay, also, ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal, könnt ihr sagen, wenn ihr das doof fandet. Ciao. Einidet Onceen Jetzt passe ich dann. Nur der drinnen.